Es ist alles möglich für Karl Geiger, auch heute ganz klar. Diot-Regieber. Was der da alles wegschiebt an Luftmassen. Mit links, mit rechts. Das ist ja... Er arbeitet, so kann man es auch beschreiben. Aber es ist die größte Weite, 129,5. Also wir haben schon 130 von Dash-Wanden gehabt. 130,5. Aber jetzt, wie er wirklich dann auf so eine Weite auch kommt. Ich meine, er ist ja die ganze Zeit nur am Arbeiten, am Auskorrigieren. Klar, am Tisch an sich kommt Dampf an. Kann aber auch schanzenspezifisch sein, dass es hier doch auch mehr drauf ankommt, wenn du den Druck an die Kante...